willkommen zurück so ich denke mal der folge kommen wir auf jeden fall noch zum endkampf hier okay oh was ja 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 ne 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 Der war doch noch nie hier. Der war doch noch nie hier. So, die Truhe lassen wir mal sein. Die hat uns ja letztes Mal ja schon gekillt hier. Oder... Ich würde schon gerne den Inhalt haben. Ah! Ah! Shitty! Ah! 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 Oh shit, das war eine solche Lech. Nein, oh. Oh shit, das war. Oh man. Oh shit, das war eine solche Lech. Oh, wo muss noch einer sein? Wow. Wow. Oh shit, das war eine solche Lech. Oh, leck mich doch. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, die komischen Flammgeister kommen hier auch noch, ey. Oh, Mann. Das fand ich gut. Alter, überhaupt nicht gut, überhaupt nicht gut. Alter, überhaupt nicht gut. So, dann kommt wahrscheinlich schon die letzte Runde gleich. Oh, ich komme nicht weg. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war's für heute. Jo. Und wir haben die Karte. Wow, ne tolle Feder. So. So, hm. 1023... Oh, die... 67er Rüstung. Was hab' ich aktuell? Ne 57er. Ah, ah, ah. Tchiiiih! Nein, ähm. Was hat denn die für Verzauberung? Stoßwelle? Okay. Giftschaden. Aber wir haben ja momentan nichts mit Gift. Feuerschaden? Chancen beim Rollen eine Biene zu rufen. Das ist eigentlich ganz nice. Ich kaufe die auch erstmal. So, und hier geht's dann in der nächsten Folge wieder bei der Spitze. Bedanke mich. Bis denn eh.